Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Gas Station Simulator 2 Und ihr seht, es ist gleich schon wieder volle Hütte hier Ich muss hier ein bisschen arbeiten, damit der Laden sauber bleibt Ihr wisst ja, wenn so eine Herde kommt, dann ist es immer ein bisschen schwieriger Dahinter her zu kommen, deswegen mache ich das jetzt schon Ihr seht, die Mülleimer sind jetzt schon voll Oh, falsch, das klappt auch irgendwie nie, wenn man durch die Tür geht So, und dann einmal reinigen In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass wenn wir an einer Kraftstoffsäule lassen Ist das vorteilhafter Und das habe ich auf jeden Fall herausgefunden Weil dadurch, hatte ich ja schon gesagt Weil die Autos stehen ja nicht lange Es stehen immer drei Autos an einer Zapfsäule dran Und es spawnen dann keine neue Das bedeutet, solange wir hier stehen und arbeiten Sind die Zapfsäulen besetzt und es kommen keine neuen Fahrzeuge dazu Und dementsprechend verlieren wir dann Zeit Und Zeit ist Geld in diesem Spiel dann auch, wie man es festgestellt hat Deswegen müssen wir da eigentlich immer einen stehen haben Weil gerade wo wir jetzt arbeiten, haben wir weniger Zeit Und dann, ja, staut sich da auch keine Fahrzeuge Dementsprechend kommt keine neue Deswegen ist es besser, immer einen da zu haben Der gleich die Autos weg, ja, bedient Damit die wegkommen Und dann kann man halt Die nächsten wieder bedienen Und dann macht man natürlich theoretisch mehr Geld Deswegen, also das ist der Plane Der Plane So, dann machen wir mal weiter Den Laden nochmal reinigen Damit das hier ein bisschen vernünftig aussieht Oh Leute, hier ist was los, ey Der Laden läuft, der Laden läuft Der Laden läuft So, die einmal kurz bedienen Das meine ich Jetzt hätte der Mitarbeiter Die schon bedienen können Weil hier stehen Keine Fahrzeuge Schlange zum Tanken Das ist das Und deswegen Braucht man auf jeden Fall so einen Mitarbeiter Der immer alles hier abarbeitet So Ich dreh durch, Leute Das ist so geil Wie viel hier los ist Da blüht einem das Herz So, ich werde jetzt erst einmal Den Kunden hier bedienen Oder die Gute Dame Die Kundin Mal gucken, was sie möchte Ah, Katzeentfernung Spiegel und Reifen Das ist okay Das kriegen wir hin Sehr schön Sehr schön Reifen Ja, Reifen haben wir auch wieder nicht mehr so viele Oh, sie will zwei Stück sogar Hab ich jetzt nicht gesehen Ja, es ist jetzt nach 0 Uhr Dann können wir mal wegen Autoteile einmal gleich gucken Dass wir vielleicht noch mal günstig ein paar Reifen und Und sowas schießen Reifen sind immer ganz knapp bei uns Spiegel haben wir viele noch Auch nicht mehr viel Oh, dieser Dennis ist schon wieder da Mann ey Den jage ich gleich weg 370 Lecker Dennis Hau ab Wo bist du? Da Hau ab So Die nochmal bedienen Sprit wird auch knapp So Wollen wir mal gucken Dass wir günstig das Sprit bestellen können Oh, hier ist richtig was los Richtig was los Oh, ist aber auch so teuer 200 Liter kommt Müssen wir ja machen Den Kollegen bezahle ich schon mal Dann ist das nicht mehr so viel Was wir bezahlen müssen So Und dann hole ich den Oh, ist alles leer gekauft hier Ho, ho, ho Brillen Sind auch schon leer gekauft So Mehr geht nicht Ähm Das füllen wir auch nochmal nach Nahrungsmittel Genau Die waren ja sehr billig Die stellen wir jetzt erstmal auf Sehr gut Das ist alles nachgefüllt Hütchen Ah Hütchen hatten wir auch noch Sehr gut Das ist auch dann weg Ja Leute Ähm Eis hatte ich noch bestellt Oh, das ist alles schon leer gekauft Hier du Erst einmal reinigen hier So Das sieht gut aus hier Das ist ein schönes Bild Das möchte ich hier einmal verewigen So Kraftstoffstatus ist niedrig Aber wir füllen jetzt gleich auf Das erst einmal wegbringen So Kollege Ready Yo Ja der Sprit ist wirklich sehr teuer Aber Was willst du machen Der Laden muss ja laufen Oh Wir brauchen einen Mitarbeiter Der die Kasse bedient Den nächsten quasi Den müssen wir auch noch bezahlen Ja 100 137 Ähm Bezahlung So Kasse wird bedient Ähm Dann gucke ich gleich mal wegen dem dritten Mitarbeiter Und Autoteile Dass wir ein paar Teile bestellen Und natürlich Waren Also ihr seht Es ist wirklich Mau Es sieht hier mau aus Softdrinks Alkohol Eigentlich brauchen wir alles Komm Ich werde erstmal gucken Was wir alles nehmen Ähm Produkte Erst einmal Erfrischungsgetränke Mr. Burton Ist okay Naja Das ist günstig Davon nehmen wir zwei mit Das Zeug Ist okay Ja Zucchini Oh Die war mal sehr günstig Schade Ähm Dann bestelle ich noch einmal von dem Dann Brauchen wir Snacks Haben wir schon Alkohol Fuchon Hm Boah Heutiger Preis Verkaufspreis 112 Die gehen wirklich sehr Ähm Gewinnbringend weg Die nicht so Aber Ja Die lasse ich dann auch erstmal Chefons Light Ja Die nehme ich auch einmal mit Chefons 38 37 zu 57 Das ist auch okay Nehmen wir auch einmal von dem Ein mit Eiscreme Hatten wir Zigaretten Sehr wichtig Zigaretten Verkaufspreis 80 43 Kaufen wir das ein Geil Sehr günstig Super blend Geht für 37 50 Eingekauft 65 Weg Ja Leute Jetzt orientiere ich mich immer da dran Also hier 42 Einkaufspreis 70 Verkaufspreis Fast das doppelt Davon nehmen wir 2 3 mit Ähm Dann bräuchten wir noch Brillen haben wir noch Hüte Ein paar Hütchen Ähm Die gehen für 33 Weg Drag Go Style Red Hat 9 Zu 15 Wow Die machen gut Gewinn Davon nehmen wir mal 1 2 3 4 10 Stück mit Hoffentlich reicht das Geld Aber ich denke mal schon Autopflege Indario Cleaner Wow 60 Zu 93 Davon nehmen wir auch nochmal einen mit Glaskleaner Ja Ist okay Cleaning Sponge 75 205 Nehmen wir nur mit Wheel Cleaner Ja Das ist jetzt nicht der Größte Gewinn hier Aber Glaskleaner nehme ich noch einmal mit Dann Ähm Hüte Hatten wir Zeitung haben Autopflege Zigaretten Alkohol Snacks Eiscreme Erfrischungsgetränke Hatten wir auch schon Ja ich bestelle das erst einmal so 752 Dollar Wow Ah Unser Warenhaus ist schon wieder Überfüllt Boah Das ist zu viel Das sie gekauft haben Deutlich zu viel Die Hütchen nehme ich mal ein paar raus Dann haben wir Ähm Ja 445 Noch Hm Was kann denn weg Ja Pfff Eigentlich brauchen wir alles Hm So könnte Fast es schon reichen Chefons Chefons Slide Super Super Blend Strong Ähm Eine Sache noch Denk ich mal So geht das Sehr gut Laden einmal sauber machen Sehr schön Bisschen Ordnung reinbringen So Ja das ist das was ich meine Jetzt stehen sie die ganze Zeit hier Und keiner bedient die Das ist das was ich meine So ne Da können halt neue Fahrzeuge Nachrücken Wenn die weg wären So dann möchte ich einmal in die Ja die Kasse wird bedient Waren kommen jetzt Ich werde die Waren erst einmal Einladen Ins Lager Und dann ähm Können wir vielleicht nochmal neu Nachbestellen Das Lager ist leider ein bisschen zu klein Dadurch Kriegen wir nicht immer so viel rein Was ist das hier eigentlich So C Okay Okay Moment Das war irgendwie nicht so Das was ich wollte Okay Naja verstehe ich nicht so ganz Aber okay Funktioniert Funktioniert So Sehr schön That will do Mach's gut Joe Wir sehen uns Das nächste Mal gerne Nochmal wieder Den Kollegen schicke ich an die Zapfsäule Bediene die Kasse Autos reparieren Tanken Sehr gut Oh Der will bezahlt werden Ähm Sehr schön Jetzt aber Jetzt bitte bediene Ähm Tanken Sehr gut Das läuft hier Schließen wir das Ganze einmal Dann werden wir die neuen Waren Mal einsortieren Ich sag mal so Ähm Ja Ja wir haben fast keine Waren mehr Also Das wird Zeit Dass wir hier erst einmal Alles wieder einsortieren So Sehr schön Jetzt möchte ich die Waren einsortieren Brillen Gehen wirklich sehr gut weg Oh So Ähm Die gehen immer gut weg War Dann hier Die Softdrinks Alkohol Fuchon Sehr schön Das sieht doch schon mal besser aus Nicht so kahl Weißt du Die Schwämme Eis Nachfüllen Tabak Tabak ganz wichtig Sehr gut Hier können wir noch ein paar Tropicos Sehr schön Hütchen Haben wir auch wieder ein paar Ja Leute Es läuft Es läuft langsam Es wird immer besser Genau Autoteile Wollte ich noch einmal gucken Und Sprit Autoteile Ähm Reifen Oh Reifen sehr billig Nehmen wir mal Zehn Stück mit Kratzer Kratzer Entferne Oh ist auch billig Vier Stück Autospiegel sind diesmal teurer Nehmen wir mal drei Stück trotzdem mit Was wird das kosten 950 Ah reicht nicht ganz Komm Ein Verkauf noch Nehmen wir ein Kratzer Entferne raus So bestellen wir das Jetzt haben wir auch gar kein Geld mehr Also müssen wir gleich wegen dem Sprit einmal gucken Dass wir das Sprit auch nochmal nachbestellen Und dann läuft das So Jetzt reinigen Dann hole ich die Autoteile Und dann können wir die Werkstatt dann auch endlich mal So ein bisschen am Laufen halten Zehn Autoreifen sind auf jeden Fall eine Ansage Ja die Tanke läuft irgendwie nicht so So Autoteile sollten jetzt gleich kommen Ja Dann machen wir erst einmal hier auf Dass der Gude auch gleich reinfahren kann Wenn er da ist Leute das Spiel macht auf jeden Fall riesig Spaß Ihr seht das läuft immer besser und besser Ja es soll ja auch noch ein paar Eine oder andere neue Sache kommen Mit dem Autowaschanlage Das ist wohl noch nicht freigeschaltet Aber soll wohl ein kostenloses DLC sein Also Deshalb Da wird es auf jeden Fall noch Ein paar Updates dazu geben Sehr schön Mein Bester Dann fahr mal los Sehr schön Endlich haben wir mal Glück mit dem Autoteilen Dass das so ein bisschen günstiger war Als sonst mit den Reifen Ich sag mal so 40 Das ist wirklich ein Witz Im Gegensatz zu teilweise 70 bis 80 Euro Was wir da mal zahlen müssen Ist das schon auf jeden Fall ein guter Preis So Oh da liegt eine Brille Zurück mit dir So was brauchen wir noch Tabak können wir nochmal Ah ne das kann da bleiben Ähm Das hatten wir alles eigentlich hier schon fertig Die Werkstatt müssen wir noch einmal bedienen Und dann müssen wir wegen Sprit mal gucken Ich räume hier mal auf Dann sieht die Werkstatt wenigstens auch mal Vernünftig aus So Sehr schön Sieht doch auf jeden Fall nicht schlecht aus hier Die Teile kann ich ja schon mal einsortieren Dann sind die auch da wo sie hingehören Place All Place All Und hier auch nochmal Place All So voll war es hier schon lange nicht mehr mit dem Reifen Sehr cool Eigentlich haben wir jetzt nur noch Autos reparieren Und erhaltenes Trinkgeld Das müssen wir jetzt nur noch schaffen Dann ähm Sieht das eigentlich soweit gut aus hier Okay Hier nochmal Place All Weil davon haben wir genug Da machen wir richtig Gewinn mit Weil die ja günstiger sind Also richtig günstig eingekauft wurden Ich hole noch mal ein bisschen Tabak Tabak brauchen wir immer auf jeden Fall Super Blend Strong Die machen halt wirklich gut Geld Guck mal 42 zu 70 Nehmen wir einmal mit Super Blend 37 zu 5 Oh das ist ein guter Preis Nehmen wir zweimal mit Das macht richtig gutes Geld 43 zu 80 Ähm wie sieht es aus mit Alkohol Fuchon 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 macht auch schon richtig gut Geld Chefons Ja geht Ähm Snacks Haben wir bei den Snacks denn mal was günstiges heute Das geht Kreise Popcorn Ja geht so Macht nicht so viel Chipsway Oh nehmen wir einmal mit Ähm Eiscreme Wir gucken mal ob wir was günstiges haben Was wirklich Oh das macht gut Geld 18 zu 48 Das sind 20 Dollar Gewinn Bolt Berries Hatten wir schon genug noch da Bolt Almond Ja das geht Ist jetzt nicht so der Burner Ansonsten Ein paar Hütchen noch Ein paar Hütchen noch Ach wir haben sogar noch ein paar mehr Man kann runterscrollen Ach das wusste ich nicht 1,8 Dollar nur oder 18 Dollar 1,8 ne Das ist ja sehr günstig Und du verkaufst es für 3 weiter Wir nehmen mal 5 Stück mit Kann man hier auch runterscrollen Ne Hier auch nicht Vielleicht habe ich das übersehen Autoteile Genau Wheelcleaner Macht jetzt nicht so den Großen Gewinn Hier Ist was Machbares Glasscleaner Macht Ja ist auch okay Nehmen wir mal mit Super Sunshine Macht richtig gut Gewinn Dann nehmen wir auch nochmal einen mit Sehr schön Kohle reicht hoffe ich mal Snacks Erfrischungsgetränk Nochmal gucken Zucchini Ähm Das ist nicht so toll Mr. Burton Mr. Burton ist okay Nehmen wir einmal einen mit Wie sieht es mit Tropico aus 36 zu 66 Also 30 Dollar Gewinn Da nehmen wir auch nochmal einen mit So So will ich das gerne bestellen Ähm Ja paar Brillen vielleicht noch Sind aber alle jetzt teuer Vintage Glazes Boah die machen auch Ja ist jetzt nicht der Burner Hm Ja ich bestelle das jetzt erst einmal so Das ist ja schon ordentlich Kohle Was drauf geht Lieferung ist unterwegs Ah weil wir schon die andere Lieferung haben Können wir das noch nicht machen Ah Nicht schön Naja ist jetzt nicht so schlimm Wir wissen ungefähr was wir bestellen wollen Ist jetzt nicht so kritisch Aber ich glaube Wichtiger ist jetzt Das Kraftstoffstatus Ist niedrig Das müssten wir mal lösen Dass wir das Problem erst einmal angehen So das ist gut Ja den Kollegen können wir ja schon mal bezahlen Und dann schicke ich den anderen an die Kasse Anders ähm kriegen wir das nicht bewältigt hier Der gerade am tanken ist Sehr gut Hä Was ist denn mit dem los Ähm bediene die Kasse Genau bediene die Kasse Der andere macht so lange eine Pause Und dann Sollten wir da hinterher kommen Erst einmal Achso weil wir keinen Kraftstoff mehr haben Ist er automatisch abgehauen Deswegen ist er wahrscheinlich abgehauen Alles klar 2 25 Oh man ey Aber wir können uns das leisten zum Glück Ein Glück können wir uns das noch leisten Das war es denn auch schon wieder mit der Kohle Gut dass wir die Bestellung Doch nicht durchführen konnten Weil jetzt können wir Ähm Kraftstoff holen Sonst würden wir uns das nicht leisten können Hat alles schon seine Vorteile hier Oh 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 Wär damit So ran damit Sehr schön Ja der Tankwagen ist gleich da Das ist gut Sehr schön Das läuft doch hier ganz gut alles Ja man kann auch mal bald streichen Sieht nicht mehr so doll aus Leute Ich würde sagen Wir machen hier erst einmal Schluss Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ja dann müssen wir mal schauen In den nächsten Folgen Dass wir es schaffen mit diesem Ähm Ja dass wir das schaffen Mit der Herausforderung Damit wir die Tankstelle endlich aufrüsten können Ja Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen Würde mich über einen Daumen nach oben freuen Und natürlich auch über ein Abo Wenn ihr mich unterstützen wollt Ansonsten Leute Sage ich Jetzt schon mal Ciao Ähm Und würde mich freuen Wenn ihr bei der nächsten Folge Auch nochmal fleißig mit dabei seid Bis zum nächsten Mal Leute Ich sage Ciao Und bin raus Bis zum nächsten Mal Leute Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal